Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Ski-Weltmeisterin Adèle Milos mit 26 Jahren gestorben. Tragische Neuigkeiten aus der Sportwelt Adèle Milos war eine aufstrebende junge Athletin, die Französin gewann mehrere Welt- und Europatitel. Vor fünf Jahren holte sie sich bei den Militärwinterspielen in Sochi die Goldmedaille im Einzel- und im Teamsprint. 2019 beendete sie ihre Skikarriere, um sich zur Bergführerin umschulen zu lassen. Doch jetzt folgt die Schocknachricht, Adèle ist ums Leben gekommen. Laut BILD wurde die Skibergsteig-Weltmeisterin am vergangenen Wochenende leblos auf dem Mont Blanc gefunden. Zusammen mit einer anderen Person wurde Adèle von Bergsteigern entdeckt, diese riefen umgehend die Polizei. Ein Helikopter suchte das Gebirge nach weiteren Opfern ab, bis jetzt gibt es keine näheren Details zu den Todesumständen. Der Unfall ereignete sich an der sogenannten Schamonik-Seite des Berges, einer bekannten Route für Bergsteiger. Die Ermittlungen wurden von der lokalen Polizei aufgenommen und sollen Berichten zufolge noch andauern. Das Hochgebirge ist durch die Trockenheit noch gefährlicher geworden. Aber der Zugang war nicht explizit verboten, äußerte ein Beamter gegenüber Daily Mail.